Dass nach wie vor der Mensch bei uns im Mittelpunkt steht, dass das Allerwichtigste unser Team ist, die Mitarbeiter, weil nur zufriedene Mitarbeiter machen auch zufriedene Patienten. Also das finde ich ist ganz, ganz wichtig auch. Mein Name ist Kerstin Scheil. Ich arbeite seit 2004 in der Firma und bin jetzt seit zwölf Jahren Pflegedienstleitung. Ich mache das nach wie vor gerne, also es ist mein Inhalt und die Kraft zieht man auch aus dem, was man zurückkriegt von den Klienten, aus den Erfolgen, die man erzielt, weil es Leuten besser geht, weil sie keine Schmerzen mehr haben. Ich heiße Anna Tofte, ich bin eine Gesundheits- und Krankenpflegerin, arbeite in dem Betrieb schon fast zehn Jahre. Mir macht das sehr viel Freude, den Menschen zu helfen. Ich komme, weil die sind meine Arbeitgeber, die sind meine Kinder und es bringt mir Erfüllung in meinem Leben. Über die Jahre hinweg kann ich sagen, es ist nie ein Gehalt zu spät gezahlt worden. Es ist das Bessere, du hast Zeit, dich um deine Menschen, Mitmenschen zu kümmern. Es ist gar kein Fließband. Es ist halt, kann man sich unterhalten, mal auch Spaß machen. Ja, kann man sich erlauben. Man hat super Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das ganze Personal im Büro ist eigentlich aus unseren eigenen Reihen. Ich musste nie nach einer Gehaltserhöhung fragen, sondern die kamen immer von selber. Und man freut sich auf gewisse Kollegen auf. Man sagt, je, ich bin mit dem, wir rocken den Laden heute. Wenn ich mal hier aufhöre, dann gehe ich in Rente. Woanders möchte ich, glaube ich, gar nicht mehr hin.